Hallo und herzlich willkommen hier. Wir sind jetzt in der Tildesgarten, wenn sie das böse Schwein hier vertreiben, dass die Hüfte wegmacht, sonst ist das Obst beschädigt. Und wie ihr seht, ich habe auch die andere, die neue Kappe ausgesetzt, aus einem einfachen Grund, dieses Schwein, wie ich gerade den Pulltipp schon gelesen habe, hat eine echt eklige Eigenschaft. Und zwar ist, ähm, kann Vanishing nicht. Das kann man einfach verschwinden. Und dass da da ganz schnell einfach war, das sehen wir hier, nicht mal ganz kurz, die Blendformel, und wir haben nur noch eine Chance von 25%, dass wir ihn direkt einfach anstellen, was natürlich verspätzt ist. Okay. So, um, um, Unser nicht. Naja, die Folge machen wir jetzt im Ausnahmsilberland mit 2 Stunden, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir jetzt natürlich auch nur dabei haben. Ich danke euch aber trotzdem, wie wir uns gut zuschauen und da kommen wir auch schon mit ihrer schönen Hälschwürdigkeit hinter der Kugel zu machen. Ok, dann können wir doch Professor Schweinstein, oder? Wann sie verschwindet? Wir haben eine Meldung! Ok, perfekt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Runde. Bis dann, ciao, ciao!